So, da sind wir auch schon wieder bei Batman Arkham City. Wir sind da, wo wir aufgehört haben. So, vor uns ist eine zerstörbare Wand. Können wir mit einer Sprengung kaputt machen. Und das ist Eis. Das sehe ich jetzt erst. Ich denke mal, Mr. Freeze wird in der Nähe sein. So, komm. Oh. Das ist nicht Mr. Freeze. Dort, wo ich dich sehen kann, Batman. Du glaubst nicht, wie sehr der alte Schneemann sich gewehrt hat. Aber ich hab, was ich wollte. Der Rest ist egal. Halt still, Kleiner. Nein, nein, nein! Oh, oh. Komm doch, wenn du hier fertig bist zur Eisbike Lounge. Damit ich dir nochmal in den Hintertreten kann. Genieß dein Bullen Eis. Du Lappen. Bitte. Hilf mir. Okay. Tell me what I need to do. Okay. Ich sehe hier, Anker. Bitte. Oh. Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein. Mir Zeit lassen. Bitte. Hilf. Mir. So. Festhalten. Ja, wo dran denn? An deiner Nase oder was? Hier dürften sie sicher sein. Vielen Dank. Gehören sie zum 13. Bezirk? Wo ist der Rest ihres Teams? Es waren noch zwei in diesem Raum. Pinguin hat sie eingefroren und ist dann auf mich los. Ich lief und... Naja, ist wohl klar, wie es weiterging. Ich schnappe sie. Sie bleiben hier und wärmen sich auf. Oh, Hayopeng. Okay. Was sollen wir denn nur so wirklich hin? Hier sind schon sehr viele... Warte mal. Da ist einer eingefroren. Und da... Denke ich doch. Ja. Na gut, wie komme ich hier raus? Zack, zack, zack. Hier ist ein Hai. Einfach... Verzeih, Batman. Hab ich vergessen, meine kleinen Freund zu erwähnen? Darf ich vorstellen? Tiny! Wer hätte gesagt, dass ein großer Fisch so nützlich sein könnte? Ich jedenfalls nicht. Hat er den wirklich... Ich habe den wirklicher Müllschlucker. Was immer ich auch als Weckenwerbe verschwinden. Hahaha. Wo fliegt die Lüste? So. Da hast du einer und da ist einer. Aber wie komme ich da hin? Can somebody please tell me that? Da oben ist auch noch irgendwas. Hm. Kann ich mich hier schon so entlangziehen? Geht er, da ist dann kaputt. Hup. Nö. Okay, wie komme ich da hinten überall hin? Ich könnte jetzt auf jeden Fall da oben hin. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das auch soll. Äh. Ich gehe erst mal lang hier. Die verdeckten Ermittler brauchen meine Hilfe. Wenn ich sie im Eis lasse, erfrieren sie. Äh. Ja, und wie soll ich an die rankommen? Okay. Äh. Äh. Wie komme ich denn da ran? Hier. Drüben. Ja, blind bin ich nun nicht. Kann ich hier hin? Ich, ich bin hier. Drüben. Ja. Ja. Anne. Ich bin doch nicht blöd. So. Aha. So, jetzt kommen wir bitte zu mir. So wird ein Schuh draus. Halt die Schnauze. Bleibst du wohl hier? So, dann wollen wir mal hin zu ihm. Ich, ich bin hier. Drüben. Easy. So. Der Erste. Na, woher wohl? Er hat sie von Mr. Freeze gestohlen. Ich hole sie zurück. So. Sehr schön. So. Gerettet. Habe ich da? So, muss ich noch mal mit euch reden? Bleiben Sie vorerst hier. Kein Problem, Sir. Es sind noch mehr von uns hier. Wenn Sie noch leben, dann finde ich Sie. Okay. So, da sind zwei. Oder ist der da tot? Ist schwer zu sagen. Weil er sich so viel bewegt. Geh mal gucken. Bitte. Hilfe. Hilf mir. Er hat denn das gesagt. Hier ist da einer, oder? Wer hat das denn gesagt? Da ist der. Ja, und sonst ist hier noch keiner weiter. Oder über mir? Nö. Oh, das müssen die auch dann alle gewesen sein. Hier gibt es noch irgendwas. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Riddler-Trophäe. Oder was? Ja. Who would have thought? Okay. So, das müssten dann aber jetzt wirklich alle gewesen sein, oder? Da würde ich mir bestimmt sagen, wenn ich jetzt hier rausgehen will. Ah, hier stehen so viel vor der Tür. Okay. Worauf wartest du noch? Suchst du deine Mami? Oh nein. Was machst du denn jetzt? Haben wir dir etwa nicht gesagt, dass das passieren würde? Sorry. Ja, warte kurz. Müssen wir vergessen haben. Vielleicht sollen wir nach dem Büchsenöffner suchen. Ach, was egal. Wie hat er das gemacht? Ja, ich kann saubern. Komm, Bella. Wir... Komm, sch... Keine Ahnung, was der da einmal angezeigt hat. Von wegen zu früh. So. Haben sich Chokas Lieblinge zu Tode gelacht oder einfach nur zu viel gegessen? Riechst du das? Das ist der Geruch von jemandem, der mich bestehen wollte und dafür vier Stunden in den Ofen gekommen ist. Hallo, benutze es. Das... Das ist alles, was von allem übrig bleibt, wenn man zu lange im Haifischbecken steckt. Mhm. Was ist hier los? Ah. Joker hatte Hyänen als Haustiere? Das passiert, wenn man versucht, mich reinzulegen. Was zum... Claim. Sag mal, das ist die... Arkham City Map, oder? Ah. Was ist das hier? Irgendwelche Bilder? Jokers Funhouse? Der Clown. Prinz des Verbrechens. Ihn sollte man einschläfern wie ein starkes Hündchen. Er stört meine Operation. Entschuldigung. Guck mal. Man muss sich sicherlich vorstellen. Wer ist denn jetzt? Ach, das ist Freeze. Das ist Harley. Hm. Na gut. So, einmal die Wand weg. Da steckt Freeze. Oh. Grüß dich. Das ist natürlich belastend. Hoffentlich ist er alleine. Ich werde dich in Stücke schneiden. Nein. Alter, ich wollte gerade blocken. What the fucking hell. Ich kann nicht blocken, wenn ich die finische. Er hofft halt. Frech. Ach, das ist der letzte. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich sag alles. Mimimimi. Das wusste ich. So. Guck, das war doch ein Ding. Dann kann ich ja hier rein. Oh, der Titanbehälter. Nice. Nois. Oh, ich war Bane schon mal hier. Weil er nach. Ein Hasel von ihm steht. Hm. Okay. Da gibt es was. Und hier gibt es was. Hier kriege ich wahrscheinlich die Tür auf. Also die Gitterstäbe. Skelett. Skelett. Jo. So, und hier würde ich Freestyle rauslassen können. Mikrowelle. Jokers Heilmittel. Wo ist es? Vergiss den Clown. Ich will Cobblepot. Er hat meinen Anzug. Meine Waffen. Ich werde ihn für das, was er mir angetan hat, töten. Ich übernehme Pinguin. Du solltest dich auf das Heilmittel konzentrieren, sonst sterben unschuldige Menschen. Du verstehst es nicht. Ohne ihn werde ich meine Arbeit nicht vollenden können. Ich muss ihn haben. Es hängt alles davon ab, Batman. Einfach alles. Pinguin schützt sich gerade mit deiner Kältekanone. Wie überliste ich sie? Sehe ich aus wie ein Narr. Wieso sollte ich ausgerechnet dir das sagen? Weil ich dir deinen Anzug nur holen kann, wenn ich heil daran vorbeikomme. Denk drüber nach, Victor. Du siehst schlecht aus. Was wird aus Nora, wenn du sterben solltest? Lass ja meine Frau aus dem Spiel, Batman! Mach nicht den Fehler, das hier falsch zu verstehen. Wir sind keine Freunde. Heute ist kein guter Tag, um mich zu ärgern, Victor. Nein, nicht! Ich habe einen Sicherheitsunterbrecherchip im Anzug eingebaut, damit niemand die Waffe gegen mich einsetzt. Hat ja toll funktioniert. Wieso besorgst du dir nicht den Sicherheitsunterbrecher und findest selbst heraus, wie du ihn stoppen kannst? War mir ein Vergnügen, Victor. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Ich hole deinen Anzug zurück. Betsy ist angepisst. Alles klar. So, mehr gab es hier erstmal nicht, ne? Die Riddler-Sachen werde ich, denke ich mal, in einer separaten Folge alle machen. Außer die, die jetzt offensichtlich sind. So, dann gehen wir halt mal zur anderen Richtung. So. Sicherheitsanzug von ihm. Hm, hm, hm. Mal gucken. So. Hallo, Beckman. Hörst du mich? Aber natürlich. Dachte, wir könnten beim Eislaufen noch ein bisschen Unterhaltung verdragen. Sag ihm deinen Namen, Kleiner. Ja, länd mich. Das Schweinchen steckt voller Leben. Gut, hören wir ihm bald quieken zu. Was du hier hörst, ist ein verdäckter Ermittler, dem bei Minusgraben die Fingerchen schon gefrieren. Ich frag mich, was passiert, wenn ich diesen Hammer hier nehme und... Typisch Cobblepot. Sadistisch bis aufs Blut. Okay, hier geht's rein und hier geht's lang. Das Exit. Exit wollte ich jetzt eigentlich nicht. Äh, wo war noch mal... Auf der Vier, ne? Was soll das denn hier schon wieder? Geh mir nicht auf den Sack damit. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Okay, da gibt es also trotzdem noch welche. Das ist nicht wirklich Exit. Hätte ja sein können, dass es da einen zweiten Ausgang gibt aus dem Museum. Guten Morgen. Oh Gott. Sie benutzen Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Ach so. Keine Sorge, Mr. Cobblepot. Wir haben alles im Griff. Der Anzug von Freeze ist im Kasten. Hab ihn im Blick. Das will ich dir auch geraten haben. Beckman ist auf dem Weg und er sah vorher nicht gerade glücklich aus. An mir und den Jungs kommt er nicht vorbei. Der Anzug ist in Sicherheit. Sag den Jungs, ich lege für denjenigen, der ihn mehr Leben bringt, noch mal 100.000 drauf. Sehr großzügig. Ist so gut wie erledigt. So, da ist der Anzug drin. Pinguin will Batman lebend haben. 50.000 für denjenigen, der ihn fängt. Dann her mit dem Geld. Er gehört mir. Nicht, wenn ich ihn zuerst sehe. Ich kann es spüren. Wenn er durchkommt, wird keiner bezahlt. Kapiert? Schützt den Anzug. Und sichert die Tür. Ja, ja, ja. Lass sie sich jetzt mal ein bisschen aufteilen. Sei denn, die beiden bleiben da stehen, was ziemlich Arsch wäre. Ist Batman hinter dem hierher? Wer weiß. Falls ja, kann er es vergessen. Vielleicht sollte einer von uns den Anzug anziehen. Was? Ja, denk mal drüber nach. Bleib cool, Batman. Ich bin ein Mann in der Kühlschrank. Willst du dazu noch Eis? Haha, wir lachen. Ja, eine Blöde. Ziehen dir an. Das Ding ist schwer. Wie willst du bereit kommen? Liegt eine Anleitung dabei. Wie schwer kann das sein? Wir sind doch schlau. Okay, vielleicht kriege ich den hier schon mal. Aber Cobblepot kontrolliert die ja per Herzmonitor. Ja, und wenn man hier einen hat, den er retten kann. Ja, und wenn er versucht, das zu tun, will ich ihn in seinen Spitzenohren abschießen. Danach amüsieren wir uns dann mit dir. Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden Sie das Ganze. Ihr habt gehört, was Pinguin gesagt hat, oder? Nee, ich bin taub. Tut mir leid. Ich übernehme die Brücke. Ach so. Sehr schön. Ja, geht da lang. Oh Gott. Leute, bewegt eure Ärsche her! Sofort! Ich sichere... Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf. Wir sind erledigt. Wir werden hier krepieren und wir können nichts dagegen tun. Ach, Halsmaul. Wir müssen weitersuchen, sonst sind wir... Seien Sie leise. Ich komme wieder. Ich verliere die Geduld. Du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist. Ihr habt den Pinguin gehört. Bewegung. Okay, die beiden laufen und der geht. Perfekt. Oh, der kommt hier hoch. Hier ist jemand! Ach, das weißt du. Wo ist jemand? Höh! Aufwachen! Hörst du mich? Nein! Ach, scheiße! Na, verdammte Kacke! Wir sind erledigt. Wir sind erledigt. Wir werden hier krepieren und können nichts dagegen tun. Lass ihn! Wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Sehen die einen hinter? Kommt mit! Sie nehmen Geiseln. Ich muss unsichtbar bleiben, um sie zu retten. Ja, ja, ist ja gut. Ich dachte, ihr könnt das! Der lässt euch ja wie Idioten aussehen! So. Kein Schritt näher, hast du mich gehört? Ich lege die Geisel um. Ich mein's ernst! Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! Der Binguin hat euch einen Befehl gegeben. Los! Oh Gott! Leute, bewegt eure Ärsche! Ruhe! So. Bleib weg! Sonst geht es tot! Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Was geschieht da drin? Habt ihr Weckmann schon aufhalten können? Was ist mit dem Anzug von Freeze? Handwerfet mir! Okay. Ich hab gesehen, wie du aufgeräumt hast. Wahnsinnsarbeit, Mann. Ich bin Tom. Tom Miller. Sie gehören zu Gordons Einsatzkommando. Hab ihre Akte gelesen. Hast du? Ich mein, natürlich, Sir. Koppelpot hat diesen Ort in eine Festung verwandelt. Wir müssen von irgendjemandem verpfiffen worden sein. Wir wurden geschnappt, anschließend hergebracht und dann gehörig verdroschen. Sie sind sicher. Jetzt gelten nur noch zwei Personen als vermisst. Was ist mit der Iceberg Lounge? Koppelpot hat uns gerne dorthin gebracht, um uns weiter zu verprügeln. Wenn du Glück hast, findest du sie dort. Das ist also der berühmte Freeze-Anzug. Leider. Was machst du da? Wenn ich weg bin, warten sie zehn Minuten und bringen das zu Freeze. Er ist dann keine Gefahr. Kein Problem, Batman. Freeze-Sicherheitsunterbrecher. Er wird dazu eingesetzt, um aus der Distanz Freeze-Waffentechnik zu deaktivieren. Die Entfernung zum Ziel muss dabei möglichst gering sein. Aha. Aus der Distanz. Aber muss möglichst gering sein, die Entfernung. Na, dann weiß ich auch Bescheid. Okay. Dann. Okay. Zuhören. Nur nochmal zur Info. Würde ich mal sagen. Batman hat unsere Ärsche gerettet. Ab jetzt kontrollieren wir diesen Raum. Keiner geht rein oder aus. in der nächsten Folge weiter. Ich weiß aber nicht, ob der gespeichert hat. Warte mal, ich gehe durch die Tür und dann sollte er speichern. So. Jetzt sollte er einmal speichern. Sehr schön. Dann hören und stören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, rechtstärzlichen Dank fürs Zuschauen. Und Batman sagt immer nicht Tschüss, sondern nicht. Ciao.